Hallo und Herzen. Hat reichlich viel Platz. Dann mache ich noch so ein hohes C rein. Das ist so ein Getränk mit ein paar Vitamine. Dann kommt bei mir noch die Milch dazu. Milch. Das ist so ein Getränk. Das ist so ein Getränk. Jetzt ist Milch drin. Dann kommen noch ein paar Kiwi Stücke dazu. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kiwis sind es, die hier drin sind. So. Muss mal ein bisschen klein schneiden, damit die Schale abgeht. So. Das könnt ihr natürlich auch alles selber nachmachen. So. Jetzt kommen die Kiwi Stücke hier oben rein. Tuch. So. Da muss man aufpassen, dass die nicht außer Hand fallen. Kiwi Stücke. So. Boética mit. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe mir nur kurz die Hände ein bisschen abgetrocknet von dem Kiwisaft. Jetzt mache ich mal noch mal ein bisschen Milch rein in den Mixer. So, ich denke mal, das reicht. So, jetzt wird es ein bisschen laut werden. So, jetzt wird es ein bisschen abgetrocknet. 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 So, das ist jetzt auf jeden Fall mein Smoothie Shake. Etwas so eine Hautfarbe, so ein bisschen rötlich, mit ein paar Früchten drin, also Kiwi-Stücke habe ich hier reingetan, Banane ist drin und so sieht mein Shake aus von oben. Ja, das war jetzt mein Smoothie Shake. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben machen oder nach unten. Und ich probiere den jetzt mal. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss.